Ich komm mit Faxe, in die Klapse Saufe den ganzen Tag, so wie Alibabas Markt Das macht keinen Sinn, ich bin voll im Flow Deswegen gebär ich mir zum Drink Ah, ich sitz hier mit meinem Bro, er trinkt Faxe Er ist besoffen und ich muss in die Klapse Hab ich schon gebracht, aber scheiß drauf Er macht eine Insta-Story, also scheiß drauf Das macht keinen Sinn, denn ich bin besoffen Mein Lebenssinn Leider sind diese Knobloch-Dinger schon leer Das nächste, was da umbrennt Leute, heftiger Scheiß Ich hab gespritzt Hör auf, wenn diese Story zu machen, Junge Es ist Gartenhaus-Studio Fresh aus dem UPM-Music, Gartenhaus-Studio UPM-Music Wir machen auf Profil Wie lang geht die Scheiße eigentlich? Junge, okay Willst du auch was rappen? Los, rapp mal Diggaaaaa Eeeh, ich hab voll gestandet Ich trinke Faxe 10% Ja, Mann Faxe 10% Quality Extra Strong Beer Eeeh 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 Ich benutze den auch, Mann Für Let's Play's und so Eeeh 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 Lucks, das war das besoffene Tape Haut rein Eeeh 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 Eeeh